So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, dem meiner Meinung nach echt besten Spiel ever. AVOIR! Die Waffe ist auch nicht mehr ganz so geil, ne? Ich bin jetzt irgendwie auf die hier. Butterblümchen? AVOIR! 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 Bisschen zurückziehen. Och man, sind das zwei? Bisschen zurückziehen. Okay, ich muss mich jetzt erstmal helfen. Zudem haben wir Besuch. So, der Kollege ist weg. So, der Kollege ist weg. So, der ist weg. So, der Kollege ist weg. Wow. Hä? Wo geht's denn da runter? Huhu, huhu. Na gut, Wasser. Egal. Ha. So, ich glaube, ich schalte jetzt mal doch um auf die hier. Weil das waren noch lange nicht alle. Ich glaube, ich glaube jetzt nämlich doch eher die hier. Weil die hat einen größeren Schusswinkel beziehungsweise einen größeren Radius zum Gucken. Knochen. Was machen hier Knochen? Was machen hier Knochen? So, ich glaube, ich muss da rein, wa? Ja. 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 Das waren noch nicht alle, oder? Ja. Ja. Wie ich in letzter Zeit das Scharfschützengewehr ausnutze. Huch. Oh. Oh. Na ja, gut. Wer hat uns wo gesehen? Kann ich jetzt mal... Na ja, nicht alle. Wer hat? so die kiste ist leer aber ich habe jetzt immerhin alles wieder, was ich brauche musste schneller sein, mein freund viel schneller ah, noch mehr munition es ist ja wie im paradise oh komm ey okay schütze stehen ja alle auf einem fleck na kommt schon eine sekunde ach, hast du ihn? ja, ich hab ihn gut, ich komm rüber und hol dich ab, wenn ich mit dem frühstück fertig bin du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in dieser Gegend schmeckt zu finden hol es aus huah, maus na egal hilf Longinus bei seinen L-Aufgaben dabei, seine Sünden wieder zu gut zu machen der soll nicht mal selber gut machen, alter wow wow danke für den turbulenten Flug, Butterblümchen sobald ich noch eine Spur zu Juma finde, melde ich mich töten oder töten lassen ach, schau mal, da kann man grad mit der nächsten Mission weitermachen aber das machen wir eben nicht, weil die folgen schon 10 Minuten und ich hab keine Ahnung wie viel Willis hat das Tagebuch für dich am Flug äh wenn ich dir einen Rat geben darf, AJ, wenn du mal was aufstechen musst, lass einen Profi egal, wie selben solche Profis in dieser Gegend auch sein wusstest du, dass ich wegen deiner Mutter einer ganzen Klasse das Medizinstudium in Singapur bezahlt habe und sie kam nie zurück kannst du dir so viel Undankbarkeit vorstellen tja, Paul hat sich um ihre Familien hier in Kürat gekümmert und ich ließ meinen Einfluss in Singapur spielen spürte sie auf und fand für jeden von ihnen ein prassendes Ende so befriedigend, dass er war jetzt muss ich mir Sachen weg aufstechen boah mich irritiert das Flugzeug da oben voll also irgendwie ist es da, aber auch irgendwie nicht hm ja gut hallo so, wir haben da eine Mission für den goldenen Pfad, aber wir werden jetzt mal hier äh da Raball machen, dann mal dort und vielleicht noch die Festung, wenn ich das heute schaffe nein boah warum ah geschafft ich komme Scheiße scheiße hallo na also ich werde euch leiden lassen ups ich fahr mal hey Mann Kollege Mann, Kollege oh Mann, jetzt fängt dieses scheiß Radio wieder an zu labern ach der Typ wird uns nicht erleuchten, er öffnet es doch mal ach moin moin Schweinchen so so einmal noch einmal Schweinchen und wenn wir noch einmal Schweinchen gefunden haben, dann können wir uns einen größeren Beutel machen lassen was ist das denn da oben hm hey weicher weicher Jäger ein Alarm noch so ist schön Hitschwart Hitschwart Mist, da hinten haben sie noch einen Alarm gehabt durchhalten wir kommen gut wenn ihr Verstärkung ruft rufe ich auch Verstärkung Hilfe ist auf dem Weg sehr schön heute werdet ihr sterben gleich säuer nee, lass mal nicht machen wir kommen von unten 6,2 6,1 wie okay noch einer noch einer los, komm mh warte mh 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 Zack! Jawoll! So läuft das! Bitches! So, und ich glaube, das war auch die letzte Aktion für die Aufnahme. Ach, gleich mal hier ins Bett legen. Guten Tag! Er hat nie jemandem was getan. Das darf nicht ungesünd bleiben. Was schießen die denn? So, bevor ich es in der nächsten Aufnahme vergesse, hier gleich da und Schnellverkauf, alles weg. So. Ah! Hm, Tiger! Raus mit dem Hirn! Ah! Ah! So! What? Ne, 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 ne. Dit bleibt schön hier. Ich danke, dass du die Außenposten befreist und uns hilfst das Land zurückzuerobern. Jawoll, immer gern doch. So! So. So, dann sehen wir uns dann mal am Morgen, ne? Das war so ver obligiert. Hm! I don't know. So. 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 Und werdet ihr? So. Waiting for you. No? Ah! Ha, 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 ha. Awesome. AVAILABLE NOW